Auf der Kanarischen Insel La Palma naht für die Frischvermählten das Ende der ersten gemeinsamen Reise. Am letzten Tag am Wasserfall, es war ein sehr schöner Ort, auch ein Ort, wo man halt einfach mal runterkommen kann, zur Ruhe kommen kann. Du musst nicht aufpassen, ne? Ist das hier stolz? Was? Mega hier, ne? Voll. Ich bin mega gerne in der Natur. Ja, hier so gerade auch im Urlaub und sowas, was da leben müssen, sag mal, ne? Wir sind beide Naturliebhaber und eben auch gerne draußen und so konnten wir einfach nochmal so die letzte Ruhe genießen und in uns gerne auch nochmal über das ein oder andere sprechen. Was uns jetzt die nächste Zeit bevorsteht und wie wir das angehen wollen. Schau mal. Mega. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich auch nicht. Ja, und vor einer traumhafteren Kulisse hätten wir eigentlich gar nicht stehen können dann, ne? Cool. Mega krass auf jeden Fall. Wir können sogar gleich schon dieser Quelle tränken. Wir sind uns tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Mich hat es heute, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck gebracht. Er empfindet, dass wir seelenverwandte sind. Halt dich. Kriegst du was hin? Ich halte dich auch fest. Scheiß, danke. Du hast eine Jacke an, ne? Willst du es probieren? Ja, ich probiere mal. Und? Mega. Ich probiere auch. Das war lecker. Krass, ne? Gut. Mega. Ja, komm, wir zählen das wieder hier rein. Ja. Wollen wir nach oben hingehen, noch ein paar Fotos machen? Ja. Sollen wir ein Selfie machen? Ich persönlich fühle mich angekommen tatsächlich jetzt. Das war immer mein großer Wunsch, eben auch eines Tages mal zu heiraten, mit allem, was dazu gehört. Und dieser Wunsch hat sich tatsächlich erfüllt. Und der Wunsch hat sich dann auch noch ein bisschen zu tun, glaube ich, dann ist das Geländer nicht mit drauf, oder so. Schön. Geile Jacke hast du auch. Ja, ist ja auch fein, ne? Oh. Süße Maus. Ja, es sieht halt immer real aus. Man sagt, okay, das ist meine Frau. Ich bin auch stolz darauf, dass sie meine Frau ist, weil sie auch einfach eine tapfere Frau ist. Die ist für nichts zu schade, die macht alles mit, die will auch alles machen, die will alles erleben. Ach, meins, warum muss ich hier mal hinwetzen? Ja. Bisschen quatschen. Schönes Wetzen. Ja, voll. Klar, man muss jetzt in die Zukunft gucken und ich will da nicht zu viel versprechen. Es kann natürlich auch sein, dass wir dann im Alltag feststellen, oh, irgendwie ist das gar nicht so, weil man ist hier im Urlaub, man ist hier vielleicht auch anders als im Alltag. Die großen Hürden, die kommen aber jetzt erst nach dem Urlaub. Wenn wir sehen, okay, wir sehen uns nicht mehr jeden Tag, mit einer Fernbeziehung halt wir erstmal werden, eine Wochenendebeziehung, je nachdem, wie es zeitlich halt alles passt. Aber ich denke, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das sind halt jetzt so, das wird halt der größte Schritt halt werden. Dann kommt so die Herausforderung, wie lebt der eine zu Hause, welche Marken hat er, ist das vielleicht extrem penibel, was der Haushalt oder sowas angeht. Ob das jetzt kochen ist oder putzen, alles, was halt so anfällt, Arbeitsaufteilung. Und das ist im Endeffekt das, was zählt, wie man eben in solchen Situationen ist. Ich persönlich fände es ganz schön, wenn du tatsächlich jetzt nach unserer Hochzeitsreise erstmal mit zu mir kämpfst. Aber die Entscheidung wollte ich dir persönlich überlassen. Noch sind sie keinen Tag allein. Schon bald trennen sie knapp 350 Kilometer. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und ich habe auch gesagt, ich werde wohl erst mit zu dir kommen, wenn das für dich okay ist. Ich werde da erstmal so ein paar Tage genießen, wenn ich dann deine Eltern nochmal oder deine Freundin noch ein bisschen näher kennenlerne. Wenn du mit deiner Stadt ein bisschen so zeigst, wie du überlebst, bin ich ganz gespannt drauf. Klar wird man gerne, dass man halt irgendwie zusammenzieht, aber bei uns ist es ja einfach nur, wir kennen uns da in der Hinsicht noch zu wenig, wir wollen uns nicht überstürzen. Danach wird erstmal so der Bruch halt drin sein, weil wir sind jetzt 24-7 aufeinander und dann sehen wir uns halt nur noch am Wochenende vielleicht. Wie du richtig sagst, sollten wir dann erstmal so einen Tag auf zwei dazwischen pausieren, um auch mal so zu gucken, wie ist es nochmal alleine. Also ich werde dich definitiv vermissen. Das geht mir ja jetzt hier schon so, wenn wir uns mal fünf Minuten quasi nicht sehen. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass sich das dann vielleicht auseinanderlebt, weil mir auch schon ziemlich ans Herz gewachsen ist und wie viele auch vielleicht schon da sind. Die größte Herausforderung für mich ist, glaube ich, die, dass man sich halt wenig sehen kann. Ich denke, wir werden uns auch stark vermissen. Wir haben nichts, was uns daran zweifeln lässt, dass das nichts wäre, bis auf die Distanz eben tatsächlich. Ja, klar ist mir jetzt traurig, dass die Flitterwochen zu Ende sind, weil eine kurze, indem wir Zeit auf jeden Fall. Wir hätten gerne auch ein bisschen mehr hier verbracht, was wirklich eine wunderschöne Insel ist. Und ich bin auch keiner, der immer so voll wegen ihrer Scheiße irgendwas inschmeißt. Bevor ich das mache, werde ich auch intensiv mit dir darüber reden. Und auf jeden Fall gucken, dass wir da irgendwie über Lösungen sind. Nicht an Problemen denken, sondern an Lösungen arbeiten. Ja, so ist das auch. Ist einfach so. Das wird jetzt erstmal natürlich eine, ja, eine aufregende Zeit für uns. Das war so schön. Einfach dieser Moment, ne. Ja, den vergesse ich definitiv auch nicht. Von Weitem gelacht einfach. Und das habe ich mir auch persönlich so gewinnig, also eine schönere Begrüßung, als ich es tatsächlich gar nicht geben kann. Ich weiß auch, wie du reingekommen bist mit deinem Papa. Mit deinem Papa habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe auch sonst keinen wahrgenommen. Wo ich sie auf dich gearbeitet habe. Ja. Und lachen und weinen. Ja. Aber mega sympathisch, ne. Und dann auch gleich dein Funken in den Augen gesehen. Das war schon echt ein Traum, ne. Wir sind ja froh, dass du nicht gedacht hast, was ist das für eine Eule, die da reinkommt. Ich bin auch, wie jetzt positiv in die Zukunft, bin da glaube ich sehr optimistisch gestimmt. Und wie man ja gesehen hat, uns kann halt nicht viel trennen. Und ich denke mal, dass wir auch die Gehürden, die jetzt in den Alltag kommen, auch irgendwie meistern werden. Wir sind, 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 wir sind Vielen Dank.